Für die SG Schorndorf gebe ich alles. Das Team und der Verein ist einfach meine Leidenschaft. Diese Wertschätzung, die man dann auch erfährt, genau deswegen reise ich mir tagtäglich den Arsch auf. Ich laufe nochmal zu jedem einzelnen Spieler und wir klatschen nochmal ab. Steigert man sich langsam rein, wird immer fokussierter. Wie spiele ich jetzt gegen die? Es rattert dann alles schon im Kopf durch. Und dann ist eben Faszination Badminton angesagt. Faszination Badminton Faszination Badminton Faszination Badminton